Ja, mit den Notersten, alles schlau, man hat gerade telefoniert. Es muss eigentlich Öff kommen, von Lakshu, D, Serami, Koray, was geht, Jungs, alles fit? What's up? Boah, ich schalte gerade auf Inter Mailand, weil ich die getippt habe, ne? Ich schalte gerade da drauf, bam, 1-0, das wollte ich sehen. Herzlich willkommen, Freunde der Kick-Highlights mit Algier. Bevor wir und das heutige Video starten, haben wir einige aufregende Neuigkeiten für euch. Jeden Monat habt ihr die Chance, großartige Preise zu gewinnen. Platz 1 sichert sich ein brandneues Paar Apple Airpods. Perfekt, um unsere Highlights mit den besten Sounds zu genießen. Und nicht zu vergessen, Platz 2 bis 5 erhalten jeweils eine 20-Euro-P-Safe-Karte. Um teilzunehmen, braucht jedes unserer Videos 75 Likes und 75 einzigartige Kommentare. Zeigt uns eure Unterstützung und eure Gedanken ohne Schwimmen. Drückt den Like-Button, hinterlasst einen Kommentar, bleibt aktiv. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Achtet darauf, dass ihr die Bedingungen erfüllt, bevor der Monat endet. Die Gewinner werden in einem unserer Videos bekannt gegeben, also haltet die Augen offen. Seid dabei unterstützt, den Kanal abonniert und gewinnt. Danke entgegen, ja man lebt. Ich hoffe, ihr geht's auch gut, mein Bruder. I wish you many miss miss in the way in California. Aber wenig, Alter. Oh, vier Bonus hier. Sie haben zwölf Fallspiele, gewinnen da auf drei Euro. Mal gucken. Ja, werfen paar Tonnen. Bleiben die Tonnen oder was passiert jetzt? Boom. Boah, wie die fliegen, Alter. Richtig schässlich. Die bleiben aber nicht, oder? Krass, die bleiben. Ja, jetzt wollen wir sie hier, aber. Oder der muss draufwerfen am besten. Dann wird einen, multipliziert sich dann. Aber mal nix. Hier brauchen wir einen, hier und da, ne. Ja, komm, Alter. Wirf doch mal einmal draufwerfen, Alter. Die macht gar nix mehr. Wir sagen, wir empfehlen sich schon. Ach, guck mal, das ist ne dicke Tonne. Die ist dicker als die. Siehste, die bleibt immer mit Mahler. Okay. Der wirft gar nix mehr. Jetzt endlich einmal drauf, ja. Wirf doch mal drauf. Ach, Bruder, Alter. Aber jetzt haben wir hier eine Linie, ne. Melone. Gibt es da Verlängerung? Ich glaube nicht. Uh. Ist das gut? Ja. Nehmen wir mit, ne. Kann man mal mit, ne. Im Hauptsache, der rückt uns wieder auf fünf Mülle. Bro, er ist gefressen. Äh, aber komm, werf doch mal. Das Schraubwerk-Schein ist besser als nix. Oh, dann sind drei Kisten richtig Müll. Wir brauchen wieder vier Bonussen. Ich weiß nicht, ob ich rausgehen soll, denn nur mit Reaktions kann noch mal reden. Ich geh mit meiner Laterna und meine Laterna mit mir. Und jetzt ein paar Kragen hier. Einer muss 100x geben und der muss einfach bis unten voll werden. Das ist ein Zeh, das sieht man, weil das noch eins ist. Dann machen wir hier auch Schnörgern. Das ist eins. Goldheiß, hier ist. Goldig. Haken. Goldig. Ja, aber nicht so. Noch ein bisschen runter. Ah, nehmen wir aber mit. Besser als nix. Wow, nix scheinbar. Und dafür arbeitet Gina den ganzen Tag im Diner. Lichterkinder auf dieser Erde. Ne, das kennen wir nicht so. Das ist von der Sonderschule. Das ist von der Sonderschule. Wer war hier Sonderschule? Komm, seid ehrlich. Wer war hier Sonderschule? Schämen durch mich. Wir lachen auch nicht. Ich höre, wir lachen nicht richtig aus. Nein, Spaß. Noch mal, wer war hier Sonderschule? Wir brauchen eine Kiste am Anfang hier unten machen. Na, heraus. Guck mal, jetzt eine Kiste hier unten. Aber ist okay, nehmen wir mit. Dann ist wieder hoch der Drillen ein bisschen. So. Einmal diesen Goldkopf drin. Mann, das könnte was werden. Mal werden, Bruder. Einzelne. Ich haupt mit 8 und Kach. Ich auch haupt mit 8 und Kach. Okay, jetzt sind wir jetzt ein bisschen drüber mit dem Spiel. Ein bisschen in Plus gekommen. Jetzt brauchen wir nochmal die vier Lämpchen. Lämpi, lämpi, lumpi, Lampen. Wir lassen uns nicht lumpen mit den Lämpchen. Abgang habe ich auch, nach Klasse 8. Du bist zu alt. Wenn man ein Kind ist, will man immer erwachsen. Ja, mal 18 werden. Wann merkt man, dass man es geschafft hat? Und in der Schule gegangen bist du alt. Ne, ja, das Schulschule ist nicht verpistet. Du bist zu alt. Das heißt einfach, du bist zu dumm. Ne, du bist zu dumm. Du darfst nicht mehr Schule machen. Davor holen die sich mit der Polizei von zu Hause raus. Jetzt sagen die, du bist zu dumm. Du darfst nicht mehr. Pass auf, ich spiel. Komm, ne, ich spiel. Karali. Irgendwelche Spielabstand, was auch lange nicht mehr hier gewesen ist. Kartet hier. Shadow mit dort, mit für Polis. Rockblocks. Sousage Party. Der ist letztes Mal nicht rein. Der muss rein, Jungs. Paranquila. Der muss rein jetzt. Ohne Gnade. Easy, warum haust du auch jetzt? Willst du, also willst du alleine das Spiel? Komm, wir sind hier nicht willkommen. Oder wenn wir nicht da sind, sind es da. Jetzt sind wir hier, steht da da hinten so Außenseiter. Oh, wir kommen zu uns. Ja, Freischspiel, ein kleines Ende. Ich schicke das Spiel aber immer noch nicht. Guck mal, der muss nie, hat er zwei gehen. Der muss jetzt hier noch einmal drei gehen, dann fünf. Dann ist so gut. Ey, hört man uns wegen der Musik? Ehm, hört sich das so kurz. Aber man hört die Musik eh nicht. Man hört die Musik, glaube ich, aber nicht. Davor hat er jetzt wieder eine Sekunde hingelegt, dann taucht er wieder aus. Komm, komm, mein Schoß, kleine Schoß. Die Wilds bleiben. Die Wilds bleiben, Jungs. Die Wilds bleiben, ist gut. Dreißfünste. Jetzt wollen wir drei Sieben da, ne? Boah, stark. Komm, wenn er die noch gibt, dann ist weptisch. Aber was passiert da? Bleiben die mal zwei und dann die Rumba ans... Ah, die Wilds höher. Komm, sieben, sieben. Ah, 100. Aber es ist okay. Hat der Sportlehrer nicht vermutlich angepasst? Nee. Aber mein Doktor hat... Mein Doktor, ich meine, das stimmt. Der Knackskurt. Du musst nur zulassen, damit du Hoffnung hast. Du kriegst Verwährung, du kriegst zu. Weil du Angst hast, ist keine Verwährung. Yay, das ist gut jetzt, oder? Jetzt werden die alle mal drei. Ja, stark. Die Sportlehrer habe ich angepasst. Das ist stark, das Spiel. Aber wir brauchen Wildies, mehr Wildies. Nur noch zwei Spins vor der... Wenn der jetzt fünf Sieben da gibt. Jede Runde jetzt zwei, drei Scheine ist gut, ne? Sure. Boah, sieben noch mal geben, das ist noch ein paar Wildies. Komm. Sieben, Mann. Ja, aber dann musst du noch fünf Sieben da geben, damit die Wild mal fünf wäre. Aber jede Runde jetzt so drei, vier Scheine. Sechs Wunder, so gut. Ja, Alter. Vier Minuten, selten. Vier Minuten, selten. Weil der gestern wurde hier getresst. Fabio, was geht? Fabio hat sich eben was gefragt, was du glaubst du nicht gelesen hast. Wo? Wenn du Multimillionen nimmst, gibst du dir 500k? Hat er gefragt. Ich hab die Frage genau gesehen, Fabio. Gisst du, wie die Marokkaner tun? Weil die sagt, er weiß, dass wir nicht... Scheiße, aber da drunter hast du gelesen. Mach sieben Euro, hast du gelesen. Und du weißt doch, was ich gesagt habe. 500.000, gibst du Fabio nicht. Ja. Guck mal, Fabio, sag dir was. Das ist ein richtiger Freund. Der gibt dem nicht einfach 500.000, der macht ihm was auf, dass der Millionen verdient. Das ist ein Freund. Bruder, gib mir 500.000, bleib zu Hause. Nein. Dann bist du vielleicht nur meinen Bruder. Ich dachte, Fehler gerade für einen kurzen Moment. Egal, Jungs, wir sehen uns später, Peter. Piesen, whiesen. Wuhu. 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 Wuhu.